Nach unseren ersten Streifzügen in die Schwarmbauten und dem darauffolgenden Wahnsinn der Herren Mar-Alys haben die drei Schwarmbauten damit begonnen, hunderte von Insektenkriegern alles auszuspucken. Die erhöhte Aktivität könnte mit den Glyphen in Zusammenhang stehen, die diese merkwürdigen Kristalle in den drei Bauten der Schwärme bedecken. Wir müssen unbedingt Abpausbilder von diesen Glyphen anfertigen. Mit Hilfe der Abpausbilder gelingt es uns vielleicht hinter das Geheimnis dieses Wahnsinns zu kommen. Abpausbilder von den Glyphens im Auftrag des WDR Untertitelung aufgrund der Justine Wirkung des WDR Fünf. Sie sind im Auftrag des WDR Und wir sollten die Gründung des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Kristall ist mit komplizierten Glyphen und Runen bedeckt. Nichts von all dem ergibt einen Sinn. Verwendet das Abschriften-Set, um ein Abbausbild zu erhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Redet mit mir. Ich werde nicht schlau aus diesen Glyphen, so etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich hoffe, Frankhals Forschungen können etwas Licht in das Dunkle dieser Misere bringen. Seid auf der Hut.